Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 6 Auftrag Wirf Kohl mit einem Wurf mindestens 100 Meter weit Ich zeige euch einmal kurz, wie ihr das ganz fix erledigen könnt Dazu brauchen wir natürlich erstmal Kohl Den können wir hier in so Gemüsekisten finden In diesem Fall war da jetzt keiner drin Suchen wir einfach weiter Wenn wir dann einen haben, schnappen wir uns den Dann könnt ihr den zum Beispiel von einem hohen Gebäude Oder von einem hohen Berg schmeißen Oder wie in meinem Fall jetzt hier von so einem IO Luftschiff Dazu bewegen wir uns jetzt hier einmal hoch So, gehen hier jetzt einfach an den Rand Ziehen auch schön hoch, damit er weiter fliegt So, schmeißen den einfach Zack, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip Ciao